Die brennen, die brennen, die brennen und ich hab mein Feuerlöscher zuhause vergessen, na wunderbar. Und herzlich willkommen zurück meine lieben Zuschauer beim nächsten Part von Let's Play Daxos von eurem 93. Schofo. Erstmal wollte ich mich entschuldigen, ich glaub beim letzten Part hab ich ein bisschen Verwörung gesorgt, dass ich hier was von eingestützter Brücke sagte, war da was? Nein. Das ist mir schon bei Penumbra aufgefallen. Irgendwie hab ich so die Angewohnheit, dass ich aus, dass ich, wenn da was steht mit Treppe, dass ich Brücke sag. Keine Ahnung warum. Also, im letzten Part sind wir hier angekommen und die Dramatische Musik beginnt auf ein neues. Das Tor ist weg und ich bin gespannt, was wir jetzt da umtreffen, weil ich hab irgendwie so ein Gefühl, dass da... Ich hatte mal auf meinem Gefühl richtig vertraut, dass irgendwas stattfindet. Oh, die Engel. Die Engel sind auch noch da. Na klar. Können nicht den Dämonen den ganzen Spaß hier lassen. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann, 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 Mann. Hörst du? Huh. Ich hab doch Glück gehabt, Krieg. Da ist nichts. Nur ein Dämonentrick. Ein Dämonentrick, was ist das? Ich weiß, was ich sah. Er hat recht. Äh, mich hat er gesehen, was? Oh, oh. Äh, ich dachte mir doch, dass es die ist. Könnte ich aus dem Buch. Oh, 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 oh. Es ist da. Unter dem Gestank dieses Ortes. Ich hab doch Deo genommen. Was soll das jetzt heißen? Mann spürt es. Uralt. Oh, ein Greif. Weder von der weißen Stadt noch aus den schwarzen Tiefen. Dazwischen verloren. Redet ihr etwa von uns? Hm, da hören wir uns ja schmackhaft an. Krieg, was hast du vor? Wow. Grand Staff Griffin. Hä? Gut, gefällt mir. Heißt das, wir machen jetzt einen Luftkampf? Oh, das Spiel wird immer besser und besser. Höllenwache an die Waffen! Erschlacht ihn! Ah. Gut, das scheint mir jetzt wirklich gut, dass ich beim letzten Mal aufgehört habe. Wir fliegen jetzt echt einen Greif. Oh, Mann, ist das geil. Eine Engelsbist. Hier drücken sie RT zum Schießen. Drücken und halten sie RT, um Feind als Ziel für Homingschüsse zu erfassen. Ah, ja. Boah. Ach so, so mache ich das. So steuere ich und dann... Aha. So sagen, Space Invader. Darksider-Style. Ja, das ist ja ein bisschen blöd mit der Steuerung. Ich weiß gar nicht, wie das genau funktioniert. Ich schieße einfach mal auf alles, was mit... Ah, ich hoffe, das lecken, du. Lass mir da ins... Lass mir da ins... Was hier kommt, hey! Hätte wohl auf mich, auf mich zu schießen. Bäm! Oh, Mann. Lieber dabei ausweichen. Ausweichen und angreifen. Das ist die gute Taktik hier. Ich hoffe, es passt jetzt zu vom Sound. Ich habe ein bisschen was umverändert, weil es war immer so, dass entweder ich war zu leise oder spiel war zu laut. Aber das ist gar nicht so einfach hier. Und... Ach so, ist das. Wer kommt? Kommt hier? Wer hat noch nicht Wirbel? Noch mal. Ihr habt noch nicht. Ihr seid ja gerade nur hier. Ja, und schon bist du tot, mein Freund. Oh, da kommen sie schon. Da kommen sie schon. Bäm! Läuft aber gut. Oh, oh, oh. Was ist das denn jetzt? Aua. Boah. Ah, das gibt mir von der Lebensanzeige ab. Äh, 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 komm, jetzt sch... Ja, stirb doch endlich. Meine Güte. Hältst du viel aus? Oh nein, nicht wieder deine Bällchen, deine... Deine Fleischklößchen. Okay. Das... Ah, das war jetzt ein Treffer. Auf, nicht überstehe ich das. Oh, danke. Oh, danke, dass du mir hilfst, Kumpel. Und ich knall dir meinen Rücken. Ja, nicht... Das war... Ich habe jetzt nichts gegen dich, aber... Ich bin halt ein Reiter. Ich habe keine Freunde. Ich bin mein eigener Freund. Sind wir gerade auf dem Weg zum Turm? Das glaube ich nicht. Wir sind wahrscheinlich auf dem Weg zur Zwielig-Kathedrale. Und ja... Ach, nein. Das sind... Das sind drei von denen, die diese Kugeln abfeuern, oder? Oh, ja. Ist das eigentlich die gleiche Stadt, wo wir gerade schleudern, oder? Wow. Schachangriff. Gut, und... Eie. Das endet nicht gut. Ah, Treffer. Eie. Komm. Oh, Mann. Ich krieg dir gar nicht zu fassen. Oh, Mann. Anvisieren und Feierfrei. Ah, die Dämonenschwungen kommen jetzt auch noch dazu. Das ist ja eine rechte Himmelspartie hier. Höllenwache heißen die, oder? Sollt ihr aufpassen, dass du nicht mehr in die Hölle fällst, oder was? Oh. Oh, der Golem. Hallo, Golem. Und... Eie, Eie, Garamma. Hoffentlich schaffen wir das. So. Aha. Die halten ein bisschen mehr aus. Wow, die Schadsangriffe. Wow. Und alles. Okay, alles wunderbar. Im Moment läuft es noch gut. Mann, er ist durch die Stadt, jetzt durch eine Höhle. Kann ich irgendwie schneller fliegen, oder? Ui, da, la, 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 la. Oh, und Speicherpunkt. Gut. Ist lustig, so in... Oh, na toll. Käfer. Käfer, 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 Käfer. Ganz viele Käfer. Und Engel. Und was? Achso, das ist der Golem. Hallo. Ah, da geht es lang. Gut. Der macht hier wohl ein bisschen Minenarbeit hier. Wunderbar, wunderbar. Ich weiß gar nicht, ob was ich hier eigentlich schieße. Ich schieße einfach auf alles. Ah, die Kiefer. Äh. Ach du heilige, was ist das denn? Das ist... Das haben wir noch am Anfang gesehen. Das ist... Ja, komm. Haha. Oh, oh. Äh, was? Die brennen. Die brennen. Die brennen. Und ich habe mein Feuerlöscher zu Hause vergessen. Na wunderbar. Feuer frei. Ei, 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 ei. Oh, oh. Letzte... Letzte Lebensleiste. Ich verwechsel das jetzt immer mit der Bewegung und dem Zielen, was ich jetzt andrücken muss. Los. Hau sie weg. Ah, hier ist auch noch die Käfer. Ei, ei, ei. Das ist ein bisschen zu viel für meine Nerven. Das wäre nicht nicht gewohnt. Und jetzt kommen auch noch Steine dazu. Wunderbar. Wunderbar. Der hat ja auf mich zu kapfen. Ah, 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 ah. Huh. Alter, alter, alter. Der Schüchchen, ihr Mette. Sack, man hat noch mal. Ich bin die doch schon in der Hölle selbst. Äh. Aber anscheinend kriege ich Energie zurück. Irgendwie. Feuer frei. Ja, 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 du. Ja, der ist schon wieder da groß und macht uns den Weg frei. Gut. Irgendwie schaffe ich es. Irgendwie. Ich drücke einfach nur Filchknöpfe. Nee, oder? Wow, 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 hey, 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 was war das? Alter, spinnste. Und das, das war's, oder? Nee, oder? Oh, Trefferforsch. Ah, verdammt. Ah, ich gehe. Oh mein Gott, nein, ich darf jetzt nicht sterben. Huuu. Oh, Jesus Maria, das war knapp. Na gut, den Weg frei machen. Alter, wie lang geht denn das jetzt noch? Das sind jetzt schon... Das wird wahrscheinlich jetzt der ganze Level sein. Ah. Überall die Käfer. Schön sehen da, wo sie geben. Schönes Feuerwerk ab hier, wie die hier explodieren. Und sie geben ihre Energie zurück, gut. Dann scheinen sie mir bald draußen. 2022. Sehe nach. Da haben wir auch schön was gesammelt jetzt. Oh. Oh, oben wird uns sogar der Kaffee angezeigt als Waffe. Das ist ja schön. Ladadidi... Ladada... Uah. Ach. Das ist noch nicht vorbei, Leute. Also. Also. Ähm. Haltet eure Hüte fest und die Stiefel. Eidesgad. Ja, zu viele Gegner, zu viele Gegner. Ich muss sie euch leider auslöschen, sonst verhagert ihr mir hier noch die Bramerate. So. Ich mache irgendwie mehr den Homing-Attack anstatt den normalen Schüssen. Der bringt es aber auch echt. Uh. Ausgewichen. Haha. Hätte ich nicht gedacht, oder? So. Und da hinten können wir noch ein paar von diesen Flammen in den Mund schwingen. Haben sich einen schönen Sonnenbrand geholt hier. Ist ja auch kein Wunder bei der Umgebung. Ja, hätten sie als Sonnenfaktor aufnehmen sollen. Ja, kommt mir nicht. So. Alles stirbt, Mann, durch meine Klinge. Ja, ich klinge immer ein bisschen gedruckt hier. Das hilft halt. Ah, wir sind gleich draußen und... Was kommt da denn? Das sieht mir... Ist das... Ich... Ist das Tier, Matt? Oh, oh. Das kommt jetzt... Ah. Zu nah. Zu nah. Zu nah. Zu nah. Hey, der Witzker. Und in Slow-Motion sieht alles geil aus. Zwirrlich-Kathedrale. Uff. Ah. Danach mit... Das wird man rückenmorgen noch spüren. Also den Pfand auf den Greifen kann ich jetzt vergessen, oder? Tierermatt, nehme ich an. Schätze, sie war heute nicht auf Besuch eingestellt. Also wie kommst du denn darauf, mein Freundes, hier? Sah doch sehr freundlich aus, wie sie uns begrüßt hat, oder? Ah, die Zwirrlich-Kathedrale. Wir sind also endlich da. Wir können uns wahrscheinlich auf sehr viele Dämonen schwingen freuen. Ja. Auf ganz schön viele. So. Kommt du mal her. Kommt du her. Da. Ah. Hör auf, du lecken. Okay. Kommt du her. Ah. Ah, ah, ah. Das macht mir noch den meisten Spaß. So. Da kommt doch. Kommt du her. Kommt du her. Mir wurde gesagt, hier sind viel zu viele Fliedermäuser an einem Ort versammelt. Das muss ich ändern. Hey du. Kommt ihr auch hier noch? Kommt ihr auch noch her? Na? Na, kommt doch. Kommt doch. Legt euch mit mal an. Na, komm. Na? Mich triffst du nur einmal im Leben und dann... Tja. Dann sind deine Brüder auch noch dran. Haha. So, ich glaub, das waren erstmal alle. Gut. Dann schau ich mich erstmal um, bevor ich in den großen Raum gehe. Die kann... Au. Schön vibrieren tut's ja, aber es macht nicht mehr. Ach, Gesundheitsdruck. Gut. Alles voll. Diese Steine, diese Kristalle kann ich wohl nur mit einer speziellen Waffe zerstören. Hm. Nein, da bleib ich erstmal draußen. Ich schau mich erstmal um und dann muss ich auch langsam den Part wieder beenden. War aber auch ganz schön turbulent. Wohlkomposition. Gut. Na, Wohlkram? Waffenmeister. Reage. Was könnte ich nehmen? Ich... Ich... Ich schaue ja lieber, dass ich mir die Techniken hole. Teufelskreuz-Block-Gegenangriffe erhöht den verursachten Schaden des Angriffs. Gut. Die Sensen-Klinge habe ich noch nicht. Erfordert Todssense Stufe 1. Das habe ich noch nicht, oder? Ja, Stufe 1. Das ist gekauft. Du bist so weise, wie du mächtig bist. Danke, danke. Äh, was hole ich mir denn noch? Der Waffenmeister. Ich glaube, eine... ... große Lebensessenz. Du verhandelst äußerst geschickt, mein Freund. Mhm. Danke, danke, weiß ich. Den Kraftschlag habe ich noch nicht, oder? R, B und X. Das hatte ich von Anfang an, oder wie? Eine ausgezeichnete Wahl. Okay, das reicht erst mal. Sei gegrüßt. Ich wusste gar nicht, konnte ich das von Anfang schon, oder? Naja. Hui. Huwa. Ho-Wang. Ho-Wang, was ich will. Meine Aussprache ist nicht immer die besteste. Ja, die besteste. Versteht mich richtig, und... Ich vertausche auch gern mal... Huh, was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Jepa. Ich vertausche auch gern mal Buchstaben in Wörtern. Das ist auch blöde Angewohnheit. So. Gut, dann gehen wir halt doch noch rein. Oder ich schau mal, was da drüben ist. Diese blauen Lichter habe ich auch schon mal in der Bibliothek gesehen. Aber ich weiß auch nicht. Kommt man nirgends hin? Erstmal, da brauche ich diese... Irgendeine spezielle Waffe. Es gibt so viele Geheimnisse, die ich jetzt wahrscheinlich... ...entdecken könnte, aber... Ich hat noch nicht drin. Ich hat alles noch nicht drin hier. Muss man sich erst erarbeiten. Gut, dann schauen wir uns doch noch mal die Zwielich-Kathedrale an. Und dann beenden wir den Part. Aber erstmal... ...euch ein bisschen... ...neugierig machen. Hüppah! Guten Tag, der Krieg ist da. Sieht eher aus wie... ...wie ein altes Schloss für mich als eine Kathedrale. Das Kathedrale hat doch was mit Kirche zu tun, oder? Ne? Hier! Ja, was denn? Ja, was hast du denn gefunden? Ja, was denn? Ein Schwert. Ein wunderbar gearbeiteter Kristallgelenk, die genauso aussieht wie jene Schwerter, die die Statuen in der Kathedrale halten. Ah. Oh, die Musik. Oh, die ist jetzt friedvoll. Ah, und? Knedige Dame, ich habe ein Schwertwürst. Nehmen Sie es an! Und halten Sie es fest! Danke. Ah, das sind jetzt also die Schlüsse in diesem Abschnitt. Schön, schön. Duh, du, 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 du. Hoho. Also, meine Lieben. Hier beende ich diesen Part von Let's Play Darksiders. Und dann sehen wir uns im nächsten Raum dann an. Also, was der ist. Hihihihi. Ich freue mich auch schon. Wer euch dieser Part gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Und verbreitet ihn unter euren Freunden, damit meine Zuschauerschaft steigt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin euer 93 Chubo. Allauf in der Tenue. Tschüss. Und mit einem Hope One sage ich Goodbye. Das war genug Krieg. Und Tschüss.